jo hallo und herzlich willkommen zurück bei war vom ins fluch 2 mit dem dice kid ja ja und wir sind immer noch hier bei dem lustigen herrn glies wenn ich mich recht entsinne ja und wir fragen ihn einfach mal noch ein bisschen aus so über die dinge die wir hier so bei uns im inventar haben gucken was er erzählt ich habe diesen zeitungsartikel gefunden er berichtet über eine bevorstehende totale sonnenfinsternis wirklich so was so was faszinierend finde ich auch aber offensichtlich hat er nie wirklich was dazu erzählen dazu zu erzählen mann mann okay ja und hier was hat es mit den töpfen auf sich ich hätte da ein paar fragen zu diesen töpfen zur mexiko kollektion aber sicher so woher haben sie sie aus mexiko natürlich ich glaube sie werden den preis höchst vernünftig finden ich will sie doch nicht kaufen ich verstehe in diesem fall entschuldigen sie mich bitte hey moment also ich hätte jetzt doch vielleicht gerne noch hier über die person und so geredet ja zum beispiel über diesen lustigen mexikaner kommen hier viele zentralamerikanische indios einkaufen nein wir sind hier in paris zentralamerika liegt mehrere tausend kilometer südwestlich von hier quer über den atlantik und dann links sie können es gar nicht verfehlen tja aber wie das so ist habe ich gerade heute morgen ein paar zentralamerikanische indios gesehen touristen sir paris ist zu dieser jahreszeit voll von ihnen ja wir selber sind ja auch einer ja und hier müsst ihr ob ihr kinder den vielleicht haben sie schon mal von professor ubi gehört selbstverständlich sein name ist ein synonym für maya kunst eine menge dieser kunstwerke hier stammen von obje selbst und hier die 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 krüge und so auch ich nehme doch an sie haben eine importerlaubnis für diese antiquitäten natürlich aber das ist auch nicht mein problem der professor arrangiert den transport wir brauchen die sachen nur an den docks abzuholen das heißt der professor obje ist dafür verantwortlich könnten sie mir wohl verraten welche docks professor obje für seinen kunstimport benutzt gütiger himmel nein ich werde doch nicht meine geschäftsgeheimnisse ausplaudern ja und kennt auch vielleicht gute frau von obje glauben sie an die geschichte dass obje seine frau ermordet haben soll selbst wenn es stimmt wer könnte ihm dann einen vorwurf machen sie war eine opportunistische schlampe zumindest habe ich das gehört das wird ja auch immer verrückter haben sie schon mal einen film mit objes frau gesehen nur einen glauben sie mir ich war geschockt angewidert entsetzt und abgestoßen naja dann haben sie ja richtig etwas geboten bekommen für ihr geld als ich das letzte mal im kino war habe ich mich lediglich gelangweilt das ja da kann man natürlich geteilter meinung sein ja na erzähl mal was über diesen stein wonach ich sie eigentlich fragen wollte ist ein schwarzer stein ein schwarzer stein ja ein artefakt der maya kultur etwa so groß wie meine hand tut mir leid aber die nachfrage nach schwarzen steinen ist nicht sonderlich groß wenn sie sich für maya kunst interessieren ich hätte da ein paar ganz exquisite töpfe ja habe ich gesehen aber so einen habe ich schon okay ja mal gucken der hat ja offensichtlich jetzt nichts weiter zu erzählen also schauen wir mal ob wir hier kreditkarten leser ausstellungs vitrine die kann man durch das glas komme ich nicht an die ausstellungsstücke heran töpfe töpfe und noch mehr töpfe alle schweine steuer na gut dann reden wir vielleicht mal mit leiden sie sind lane der kritiker stimmt korrekt aber sehen sie denn nicht dass ich beschäftigt bin beschäftigt womit die kunst zu bewerten oder zu verressen ich habe schließlich einen ruf zu verlieren ich weiß jetzt schon dass dieser kerl eine harte nuss wird das kann ja problem werden okay fragen wir ihn mal über obje aus wer weiß vielleicht hat er ja was zu erzählen haben sie schon mal von professor gehört aber natürlich ich war vorhin in seinem haus wenn sie schon mit namen angeben dann wenigstens mit solchen die es wert sind ja ich dachte obje wäre ein angesehener mann also sein letztes buch war nichts weiter als pseudo intellektuelles gequatsche das geistlose gepöbel eines drogenabhängigen ex wissenschaftler hatte worte naja frage mich auch der irgendwas geschrieben hat was irgendwie sinnvoll zu erwähnen wäre okay red mal über das glas hat er ein glas innerhalb was trinken sie da ich bin mir nicht sicher aber ich habe so den verdacht es ist eine urinprobe glies kann doch nicht ernsthaft eine günstige kritik für seine galerie erwarten wenn er so ein gesöff ausschenkt ja offensichtlich nichts leckeres einstecken was haben wir denn hier noch würden sie mir kurz ihre professionelle meinung über diesen topf sagen mhm ja 3 rapuche rapuche scheußlich ähm was zum teufel machen sie denn da ja hallo der schmeißt ihn einfach weg sag mal vogel das geht ja wohl nie ja den topf sie haben meinen topf zerschlagen natürlich er war nicht nur wertlos sondern auch hässlich und eine beleidigung fürs auge für ihres vielleicht glauben sie mir ich habe ihnen nur einen gefallen na toll das ähm das wollen wir ja noch sehen ähm hier und 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 was mit den restlichen dingern wollen wir die dann auch zerklappen kloppen was ist der unterschied zwischen meinem topf und all den anderen hier ihrer ist kaputt sie elender großkotziger angeber alles nur warte sie treffen mich doch nicht super ich weigere mich auch nur noch einen einzigen atemzug an ein gespräch mit diesem idioten zu verschwenden super vielleicht kann ich den spieß umdrehen und mich gleichzeitig rächen mhm tja also wenn man jetzt in das gesäfft da reinschiffen könnte das wäre wahrscheinlich ideal aber das wird wahrscheinlich nichts werden oh können wir vielleicht da hier mit dem ach guck mal können wir mit dem glas nicht können wir kein worum reintun vielleicht hier so ja da schwupps ich spritze ein bisschen absinth in das glas und hoffe nur dass er die veränderung der Farbe nicht bemerkt wank wank nein ja klar was halten sie davon naja ist jedenfalls besser als der wein von gleason also eigentlich ich glaube ich könnte mich daran gewöhnen äh reden wir jetzt vielleicht nochmal mit dem ich habe genug davon mit ja okay gut mit dem noch mal was rein schütten gestatten sie der fällt noch um das sah gut aus alle neun ja einzelne scherben hier oh guck mal mein zerschlag noch topf ist in zu viele stücke zersprungen als dass man ihn noch reparieren könnte oder eigentlich naja ich hätte ihn ja gerne aufgucken ja und glies was mit dir irgendwas kaputt gegangen waren diese töpfe wertvoll die töpfe sind versichert aber die regale nicht sie haben ja keine ahnung was das kostet oh man ja und lane ich verschwende meine worte doch nicht an einen besoffenen nee ach das würde ich auch nie machen so eigentlich mit der ausstellungs vitrine von dem scherbenhaufen brauche ich nichts mehr mitzunehmen haben die mädels irgendwas dazu zu sagen wenn ich ausgelacht werden will kann ich ja gleich zu nico gehen okay gut das machen wir natürlich nicht okay dann denke ich schauen wir uns doch einfach mal hier hinten noch ein bisschen um gab es ja noch einen kreditkarten leser ich habe mit sicherheit keine verwendung für einen kreditkarten leser nicht wieso nicht kann man immer mal gebrauchen naja gut gehen wir mal hier weiter verpackung in der verpackung liegt nichts außer ein paar polystyrol bröckchen aber an der seite klebt noch ein stück von einem etikett oh das nehmen wir doch mal mit etikett kühler unter einem logo aus einem fliegenden vogel stehen die worte condor transglobal mars der rest des etiketts fehlt hmmm schade eigentlich es fängt langsam an einen sinn zu ergeben obier hat nikos entführung organisiert obier hat geld in marseille abgehoben obier steht in verbindung zur transglobal die wiederum ihre fracht von einem lagerhaus in marseille aus verschicken das stand also früher mal auf dem zerrissenen transglobal etikett marseille nicht mars das ist zwar keine brandheise spur aber es ist alles was ich habe ich mache mich sofort auf den weg damit ich noch den nachtzug erwische okay das ging jetzt fix na da schauen wir doch mal wo wir jetzt rauskommen sind wir schon in marseille es ist fast sonnenaufgang als ich in marseille ankomme ich verfolge die spur von condor transglobal bis zu einer heruntergekommenen dockanlage hmmm na das klingt spannend da werden wir klein noch mal hier eine kleine speicherung einschieben so schauen wir uns doch mal hier um was gibt es denn hier alles da ist eine hütte und hier hinten ist das wasser hütte ohne treppe gibt es hier noch da können wir runter gehen oh und abfall oh ja ein müll wühlen das machen wir gleich mal jetzt da ist nichts dabei was ich brauchen kann was das ist ja wohl also so geht es aber nicht nur ein haufen ketten und so ein zeugs nichts drin keine zahnräder keine irgendwie abgebrochenen kugelfüller hülsen was auch immer oh da ist noch der zaun oh da ist noch der zaun hallo zaun ähm wo rennt denn der george wieder hin oh ha da ist ein hund ui der macht einen krach hallo was ist los keine ahnung der hund fing ohne erkennbaren grund an amok zu laufen ja das ist teil seiner ausbildung das soll mögliche eindringlinge abschrecken oh ich verstehe okay tut mir leid ist schon okay denken sie nur dran er ist ein ausgebildeter wachhund ein killer oh ha äh okay ähm äh komm george geh mal lieber ein stück weg hier mann 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 ein ausgebildeter killer halleluja das klingt nicht naja jetzt hier aus okay ähm ja ich denke mal mit dem hund werden wir uns wohl in der nächsten folge beschäftigen bis dahin verabschiede ich mich und wir sehen uns dann morgen wieder tschüss bis 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 bis